was geht ab wie kein dubschieß herzlich willkommen zu einer neuen runde vom payday ich bin hier unterwegs diesmal ist es ja schon dritte video und sag mal was bist du ein junge wir sind hier unterwegs und sollen diesen laden hier ein bisschen auseinander nehmen da drin sind leute die für uns koks verpacken sollen und das nehmen wir dann mit und ich weiß schon ein bisschen wie das hier vor sich geht denn ich habe hier versucht mein erstes video zu machen aber das ging alles ein bisschen in die hose könnte man so sagen ja deswegen hatte ich die ersten beiden videos dann ja auch als teil einer gruppe gemacht also bin irgendwo beigetreten mittlerweile habe ich aber genügend geld selbst zusammen und habe mir den auftrag hier selbst gekauft und ja werde hier jetzt spielen ich bin ja ein bisschen besser ausgerüstet als ich zuvor war ich habe jetzt eine ak eine bessere pistole bessere panzerung von daher wird er schon gehen und ich habe auch auf online gestellt also es kann jemand beitreten wenn sich dann einer findet irgendwann eine arzttasche habe ich ja jetzt auch also das sollte eigentlich schon ganz gut funktionieren denke ich so den haben wir weggeballert was hat denn alter worauf ballern die denn hier noch das war richtig da ist schon der erste polizist aller pack mal schnell ein dusch stinkstiefel ich will den koks haben so aua ja da es gerade ein bisschen ruhiger ist kann ich die zeit mal kurz nutzen und mich bei euch bedanken dafür dass es in letzter zeit so gut läuft zum zeitpunkt der aufnahme 117 abonnenten und es kommt wirklich fast täglich immer ein neuer dazu mindestens das macht ordentlich laune dann für euch aufzunehmen sich ein bisschen gedanken zu machen was man so machen kann ich hatte ja auch eine umfrage gestartet wie es aussieht über ein kommendes projekt da wollte ich mal wieder was neues machen ähm was wie ich darauf kam war das angebot von ubisoft die sind ja jetzt 30 jahre geworden erstmal herzlichen glückwunsch und ähm da haben sie halt mehrere spiele und dlcs ähm playstation store im angebot bis zu 60 prozent runter gesetzt und ähm da runter ist zum beispiel rainbow six siege da das werde ich mir holen dazu wird dann auch das ein oder andere video kommen und ähm twice fusion ist auch dabei das werde ich mir auch holen und da wird auch was zusammen mit dem guten michael gemacht von den prime buddies und ich krieg gerade hart auf den sack aua wo kommen die ihnen auf einmal her ey deck mich am marsch und ich bin am überlegen ob ich mir auch noch püssen architect holen soll ähm denn das könnte eigentlich auch ganz lustig werden oh und es tritt einer bei das ist nice so ich mach mal hier die arzttasche gerade ich kann nicht ganz gut gebrauchen oh moin könnt ihr mal in die kommentare schreiben ob ihr darauf bock habt also ich bin auf jeden fall richtig äh äh was wollte ich jetzt sagen richtig in wallung oder was ich weiß grad nicht was ich äh sagen wollte auf jeden fall freue ich mich da drauf äh Rainbow Six ist ein geiles spiel und ist das größten architect macht eigentlich auch ordentlich laune doch kommt er hier mit dem raketenwerfer an alter was ist denn falsch bei dir er kommt hier mit dem raketenwerfer rein alter der hat ordentlich bock nein tötet ihn gut okay okay den ersten polizeivorstoß haben wir überlebt so ich geh mal kurz hoch denn der typ ist auch fertig der hat kurz verpackt ey hör mal auf damit so das ist meins dankeschön so weitermachen mein freund keine pause müssen hier hart arbeiten da erst mal 3000 mal daneben geschlagen aber absolut kein ding oh nice noch mehr koks ja weitermachen pack die tasche mal in den raum hier weil wir uns hier eigentlich am meisten aufhalten und er ist auch ein bisschen geschützter als der andere aber weiter arbeiten weiter arbeiten wie sie alle aufhören hier zu arbeiten ey ohne spaß der oben jetzt auch aber da komm ich jetzt nicht hin da ist jetzt polizeivorstoß und so so ok in einer Minute ist äh unser Typ da der das koks abholt eieieiei kann ich sie von dir unten befehlen ne leider nicht aber da oben ist ein kopf boom headshot save alter hast du den headshot gesehen? er war ja wohl übelst sick alter ok er ist fast da oh er hat fertig weitermachen will noch mehr haben will ordentlich abcashen hier aua 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 ok da hinten hin das kriegen wir hin schnell laufen ja Ah, bin ja schon dabei. Boom. Die erste Beute haben wir gesichert. Das erste Beutelchen Kokain. So. Bin mal kurz so frei. Ach, der hier oben arbeitet schon wieder. Oh. Oh, meine Nase. Er hat gerade gejuckt. Entschuldigung. Alter. Ja. Arbeiten. 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 Verdammte Scheiße, Alter. So, einmal richtig hart durchziehen. Boah, meine Nase gerade. Alter. Was ist denn hier los? Boah, manchmal finde ich einfach an zu jucken wie sonst was. Und ich muss wiesen. Finde ich nicht in Ordnung. So, drei von vier haben wir. Aber wir können ja natürlich noch viel mehr absacken hier. und das werden wir auch, denke ich. Man kann hier ordentlich Kohle machen bei der Mission. So. Das Soll haben wir erfüllt, aber wir können jetzt noch mehr reinpacken. Und das, was wir daraus dann kriegen, an Geld, das gehört dann alles uns. also davon müssen wir nichts abgeben. Also, das lohnt sich schon. So, da einfach mal eine Granate reingeworfen gerade. Ja, er rennt einfach an dem vorbei. Kann man auch mal machen. Was auch. Snack mir hier gerade mal das ab. Du arbeitest weiter. Du auch. Das nehme ich auch mit. Hier, zack. Äh, er ist auch fertig hier. Nice. So, den haben wir erwischt. Oh, gerade ist ein bisschen ruhiger. Mach du mal weiter. Wo ist mein Kollege überhaupt? Will er auch mal wieder reinkommen, oder was? So, alle mit der Pistole weggerotzt hier. Den muss ich ja schlagen. Das ist noch eine Tasche gewesen. Die können wir gleich mitnehmen. Zack. Rein damit. Jawohl. Also, hier können wir echt ordentlich abcashen. Das, was wir jetzt alles da reinwerfen, das gehört alles uns. Davon müssen wir nichts abgeben. Oh, in 10 Sekunden ist er weg. Was? Wieso trage ich Ausrüstung? Was für eine Ausrüstung trage ich? Hä? Was trage ich denn für eine Ausrüstung? Keine Ahnung. Ich packe das mal einfach da hin. So, unser Freund oben ist wieder fertig mit Verpacken. Unser Kumpel wirft hier schon mal die ganzen Taschen hin. Das ist gut. Ich nutze mal kurz die Zeit und renne hoch. Und das holt ihr gleich das Koks ab. Oh. Das hat wehgetan gerade. Und zwar ordentlich. So, komm, komm. Gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm da hinten. Er ist tot. Ich seh nichts. Schmeiß nicht mehr. Da ist keine Smoke hin. Voll da weg. Ich muss zur Arzttasche. Puh. Geht ordentlich ab hier gerade. Hey, arbeiten. Steht er da einfach nur voll rum. Da kann er... Aua, die habe ich mir selbst ins Gesicht geworfen. Okay, drei Taschen sind wieder fertig. Also drei Koks-Dinger. Ey. Du willst ja wohl arbeiten. Oh. Da guckst du einmal um die Ecke. Hier stehen da drei Polizisten, die dich angucken. So. Oh, oh. Oh, oh. Aua, aua, aua. Arbeiten. So, noch eine Tasche ist fertig. Ja, noch eine. Du arbeitest weiter. Aua. Wo kommt die denn alle her auf einmal? So, das nehme ich auch mit. Dankeschön. Weiterarbeiten. Die immer aufhören zu arbeiten, ey. Die denken, sie sind fertig oder so. Scheiß. Oder haben einfach keine Lust mehr. Aber sie müssen weiterarbeiten. So. Alter. Geht ab. Ach so, ich trage ja schon eine Tasche. So. Hä? Kann ich das mit der einen, äh, Tasche aufbohren? Mit der Ausrüstungstasche? Nein. Nein. Das ist jetzt nicht wahr. Alter. Alter. Okay, das war's wieder mit dem. Ich glaube, das hätte man mit der Ausrüstungstasche aufbohren können oder so. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. So, los. Da kommt er eh gleich dahin. Oh. Will er ihn befreien oder was? So aber nicht. Das ist mein Arbeiter. Das sind meine Sklaven. Verpackt mehr Geschenke. Alter, wir haben hier schon ordentlich was. So, ich werfe die Taschen da mal alle hin. Nice. Wieder ordentlich abgecashed hier. Alter, was da los ist. Granate. Aua. Hä? Wett? Komm. Geht alle drauf hier. Nice. Da tritt noch einer bei. Oh, Wolf ist down. Ey. Lässt du das wohl? Hier, Wolf. Es steht wieder. Und ich gebe hier mal ein paar Taschen ab jetzt. Oh, da tritt er gerade bei. Cool, bro. Irgendwas. Weil da habe ich nicht gelesen. Okay. Ich bin jetzt in der Fassung. Aber nicht. Lässt du immer wieder zurück. Okay. Die Cops sind gerade irgendwo anders hingerannt. Sollen sie machen. Ist mir relativ Wurst. Da, das ist die Ausrüstungstasche wieder. Ey. Meine Taschen. Meine Taschen. Meine Taschen. Aua. Aua, 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 aua. Warum kriege ich so viel Damage rein gerade? In zwei Minuten muss er wieder abhauen. Aber bis dahin haben wir ordentlich abgecashed hier. Ei, 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 ei. Hä? Wer hat mich denn von da getroffen? Oh, ich muss nachladen. Hoppala. Boom, Headshot. Okay, danke für die Tasche. Alter, und da tritt direkt der Nächste bei. Jawohl. Geht gerade ab hier. Okay. Okay. Aua, 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 aua. Würde gerade eigentlich auch gerne Danke zu denen sagen, aber... Ähm... Ich glaube nicht, dass die meine Videos gucken. So, laden wir schnell nach hier. Okay. Er hat wieder das Spiel verlassen. Captain irgendwas. Ah, scheiße. Setz dich mal hin und bleib sitzen. Boom, den haben wir getroffen. Jawohl. Den haben wir sogar getötet. Und mir wird aufgeheifen. Jawohl. Dankeschön. Oh,anche. Glad you guys weathered that storm. So was for a while. Let's get back up and go to work.